Die Weltöffentlichkeit verurteilt den Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, bei dem 49 Menschen ums Leben kamen. Zu dem grausamen Ereignis äußerte sich der Präsident des East Turkestan Information Center. Der Terroranschlag, der in Christchurch zwei Moscheen zum Ziel hatte und 49 Tote sowie genauso viele Verletzte hinterließ, kann man nur noch als gewissenlose Grausamkeit bezeichnen. Der Terror kennt weder eine Religion noch Nation. Wegen der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen Chinas in Osttürkistan bereiten sich die Vereinigten Staaten auf eine Sanktion gegen das kommunistische Regime vor. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Robert Palladino, bezeichnet die menschenverachtende Politik in Osttürkistan als eine Schande vor die Menschheit, weiter versicherte er, dass die USA auch weiterhin an China appellieren werde, um dieser menschenfeindlichen Politik Einhalt zu gebieten. Bei der Sitzung für Menschenrechte der Vereinten Nationen in Genf behauptete Chinas Außenminister Lei Yunxing, dass die sogenannten Ausbildungslager in Xinjiang unentbehrlich seien. Kurz zuvor versprach das kommunistische Regime, die Anzahl der Straflager zu minimieren. Der Außenminister versicherte hingegen, China würde keinerlei Einmischung von Außen dulden oder hinnehmen. Wie das Indio-Pazifik-Kommando der Vereinigten Staaten verlautbarte, soll ein B-52-Bomber ausgestattet mit nuklearer Angriffstechnik einen Übungsflug im südchinesischen Meer durchgeführt haben. Auch der russischen Grenze soll sich ein militärisches Flugzeug dieser Art genähert haben. Rund 310.000 Schüler marschierten am gestrigen Freitag in Köln, Berlin, München, Aachen und anderen Großstädten unter dem Slogan Fridays for Future auf den Straßen, um gegen die Klimapolitik der Großen Regierungskoalition zu demonstrieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017